Herzlich willkommen, liebe Freunde, Investor und Newcomer. Wollen wir uns einmal den Markt angucken, was ist passiert? Nicht viel seit gestern, der Markt ist ein bisschen runtergegangen, wie wir sehen können. Bitcoin-Dominanz steigt wieder ein bisschen, nachdem wir diesen kleinen Absacker gemacht hatten. Aber wie ich euch im Chart gestern gezeigt habe, sind wir noch on track. Also es macht immer noch das, was es in der Vergangenheit getan hat. Der Markt ist rot, einzelne Coins, Litecoin, Polygon, Mathematik gehen langsam hoch. Schaut euch mal an, ist wieder interessant. Interessant, das ist halt das, was ich sagte. Hier Monero ist einfach hoch, mal ist es eine Woche der Coin, mal ist es eine Woche der andere Coin. Systematisch werden die Gelder schön, schön in die einzelnen Coins wieder reingepumpt. Sehr, sehr interessant, was da passiert auf jeden Fall. Gucken wir uns mal an, was wir beim Bitcoin haben. Das ist der Monatschart, das heißt, ein Balken repräsentiert hier einen Monat, Leute. Und guckt euch das mal an. Ich habe diesen Fractal hier, habe ich euch schon öfter gezeigt. Das ist ein Teil des 2013er Bullruns. Da hatten wir ja diesen Tief, wo wir den 13er EMA Fibonacci Ribbon hier einmal angetestet haben. Leicht nach unten gekreuzt haben. Was wir jetzt auch tun. Und dieser Move hier, schaut euch das mal an. Wir haben einen hoch. Wir haben diesen grünen Candle hier gehabt. Einen kleinen roten, äh stärkeren roten. Und in den nächsten Monaten langsam hoch. Bis jetzt machen wir genau dasselbe. Grüner Candle, kleiner roter, starker roter. Und wenn der nächste Monat jetzt so startet, dass wir langsam hier wieder einen kleinen Auftrend sehen. Also beim 2013er Bullrun hat es 1, 2, 3, 4. Vier Monate gedauert, bis wir da wieder raus waren und den Höhepunkt erreicht haben. Gucken wir uns das mal an. Richtig, richtig interessant, Leute. Schaut euch das mal an. Die Preise sind exakt die gleichen. Ich habe wieder einen exakt gedroppt. Die untere Linie muss ich gar nicht ziehen. Die habe ich schon gemacht. Guckt mal an, wo wir gelandet sind. Ist das interessant oder ist das interessant? Schaut mal. Der Höhepunkt genau der gleiche, wie wir es 2013 hatten. Der Tiefpunkt fast exakt der gleiche, den wir 2013 auch hatten, wie jetzt. Also wenn er das jetzt noch genauso wiederholt, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Und dann können diese Leute, die das immer wieder sagen, ist keine Chartanalyse oder sonst irgendwas. Wie gesagt, die können dann woanders kacken gehen. Es verhält sich genau vom Kaufmuster, so wie es 2013 gemacht hat. Darum glaube ich, dass der richtig starke Run noch vor uns steht. Okay, was haben wir gestern hier berichtet gehabt? Schaut euch mal, was mit Singularity Net passiert ist. Zack, boom, ich habe mich überhaupt nicht zusammenkriegen können, warum das passiert ist. Wenn wir uns hier mal im 5-Minuten-Chart die Muster angeguckt haben, schaut euch das mal an. Der ist da andauernd von 4 Cent auf 21, wieder runter, hoch, runter, hoch, runter. Jetzt macht es natürlich Sinn, nachdem ich mich daran erinnert hatte und einige uns darauf hingewiesen haben auf der Comment-Section. Die AGIs werden ja umgewandelt in AGI-Ex. Das heißt, die werden Cardano-kompatibel sein und man wird für einen normalen AGI ein AGI-Ex bekommen. Und diese Umwandlung, die findet gerade statt. Und bei Binance und Q-Coin kann man seine AGIs deshalb jetzt nicht transferieren oder kaufen oder sowas. Wird hier auch erwähnt in dem Text. Werden wir euch verlinken, könnt ihr euch nochmal selber durchlesen. Es ging halt darum, dass die Community hatte gewählt, dass eine Milliarde neue Tokens erstellt werden sollen, aber auf dem Cardano-Netzwerk. Damit sie eine Interoperabilität des Cardanos auf den AGI-Token bringen können. Und das Problem wäre, so wie ich das verstanden habe, ist, so wie der Contract aufgebaut ist von AGI, hätte es 91 Jahre gedauert, um das durchführen zu können. Dann haben sie halt entschieden, dass sie einen kompletten Swap machen in AGI-Ex-Token. Und das ist das, was gerade passiert. Jeder, der seine AGIs auf einer Hardware-Wallet hält, so wie ich den Text verstanden habe, muss gar nichts machen. Das passiert hier automatisch. Einige, die jetzt ihre Coins auf anderen Exchanges aussah, ich habe, lasst mich lügen, ich habe das hier gerade noch gelesen gehabt, da ist es Binance oder Q-Coin. Dort wird diese Umwandlung automatisch stattfinden. Wer seine Coins in irgendwelchen anderen Exchanges hat, der sollte die lieber dahin transferieren, damit das auch stattfindet oder auf seine Hardware-Wallet. Ihr könnt euch das im Detail nochmal durchlesen. Ist jetzt nicht so kompliziert. Bis zum 31. Mai wird dieser Hardfork durchgeführt sein und beendet sein. Dann sollten die AGIs in AGI-Ex umgewandelt werden, was auf jeden Fall sehr vorteilhaft ist, weil wir dann auch nicht mehr diese abartig hohen Gas-Fees zahlen müssen, wenn wir unsere AGIs transferieren, die leider durch die Nutzung von Ethereum, was da halt mit einher geht. Und es ist immer nervig gewesen. Das ist super, super, dass wir das jetzt haben. So, wurde schon öfter gesagt, hier wird auch erwähnt von Yoshitaka Gattel, den SBI-CEO, dass Ripple nach der SEC-Klage wahrscheinlich IPO'n wird. Das heißt, die wollen zur Aktiengesellschaft werden. Wird jetzt öfter von Brad Garlinghouse bestätigt. Auch bei CNN in einem Interview hat er das gesagt, dass sie wahrscheinlich darauf warten, bis die Klage durch ist, sie dann regulatorische Klarheiten haben und dieser ganze Trubel um Ripple herum verschwindet, damit sie auch vernünftig IPO'n können. Sehr, sehr interessant. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt so krass in Ripple einsteigen werde, aber doch, doch werde ich. Jetzt auf einmal bin ich es wieder. Aktien werden auf jeden Fall auch geholt von denen. Ich glaube sowohl an die Firma als auch an den Token. Beides werden nach vorne schießen. Müssen wir nur gucken, meistens ist es in der Anfangsphase so, dass die Preise extrem hoch sind und dann stark nach unten fallen in den nächsten Wochen. Eventuell müsste man dann abwarten, wenn es soweit ist. Ein, zwei Wochen eventuell abwarten, bis die Preise stark droppen und dann erst einkaufen. Aber auf jeden Fall super interessante News. Cardano, was ist hier passiert? Alles wartet gespannt auf die Integration von Smart Contracts auf Cardano. Der Termin für den Hard Fork Alonso hat sich immer wieder verzögert. Nun ist das Testnet an den Start gegangen. Das die Grundlage für das lange ersehnte Upgrade schafft. Ein wenig Geduld braucht es aber noch. Hier wird nochmal erwähnt, dass wir wahrscheinlich noch bis September warten müssen, bis der Hard Fork durchgeführt wird und Smart Contract Kompatibilität auf den ADA Token kommt, beziehungsweise in die Blockchain, was sehr, sehr interessant ist. Im Text wird hier nochmal darauf eingegangen, werden wir auch verlinken, welche Upgrades bis jetzt schon durchgeführt worden sind und mit welchen Funktionen. Hier wird nochmal erwähnt, dass das Marlow wahrscheinlich mit dem Alonso abgewickelt wird. Das ist ein Teil des Google Rollouts und das wird dann auch noch weitere DeFi Anwendungen über Marlow auf den ADA Blockchain bringen, was auch sehr, sehr interessant ist. Hier eine Sache, die man auch mal erwähnen muss. Das Bundesfinanzministerium verlangt Einsicht in Kryptotransaktionen. Ja, was ist denn da los? Ja, die werden auch langsam wach, ne? Gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung will die Regierung mit harten Bandagen kämpfen. Das Bundesfinanzministerium hat nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, der umfassende Auskünfte von Transaktionsbeteiligten fordert. Sender und Empfänger von Kryptowährungen werden in Zukunft wohl blank ziehen müssen. Dabei geht es darum, dass sie von denen, die die Transaktion durchführen, mindestens Namen und die Anschrift haben möchten. Damit halt diese Transparenz entsteht und sie natürlich in Anführungsstrichen gegen Geldwäscher und Terrorismus vorgehen möchten. Sie nehmen eigentlich das, was man durch Krypto hatte, Anonymität und dass man diese Zwischenentitäten und all sowas nicht braucht. Genau diesen Vorteil der Kryptos nehmen sie einen eigentlich damit weg. Aber es ist ja auch verständlich, wir brauchen noch mehr Sicherheit. Und das geht auch in die Richtung Kontrolle natürlich. Also ich denke mal, das ist der Grundgedanke, der wirklich dahinter steckt. Natürlich ummanteln sie das hier mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder sowas. Das geht auch mit Fiat-Währungen, dafür braucht man jetzt nicht unbedingt Kryptos. Aber die Kontrolle muss wieder hergestellt werden und ich glaube mal wieder, das ist ein Schritt in diese Richtung. Das ist meine Meinung dazu. Das war es erstmal, wir wollten euch kurz einen schnellen Newsflash geben, Leute. Ich wünsche euch noch erstmal einen wunderschönen Tag, Leute. Und Crypto Heroes out!